Herzlich willkommen zu Quellwerk. Hast du gewusst, dass Gott einen guten Lebensweg für dich hat? Im Jesaja 48, Vers 17 steht folgende Vers. So spricht der Herr. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Gott hat einen guten Weg für dich. Wahrscheinlich kennst du dieses Gedicht von diesem Mann, der mit Gott unterwegs ist. Man nennt es Spuren im Sand. Und er sieht immer zwei Spuren, Gott und seine. Aber im Rückblick auf sein Leben entdeckt er plötzlich, dass es auch Phasen gab, wo nur eine Spur zu sehen ist. Und er reflektiert das und stellt fest, das waren die Phasen, wo es ihm richtig dreckig ging. Und er wendet sich an Gott und sagt, Gott, wieso hast du mich in den schwierigsten Phasen meines Lebens alleine gelassen? Denn da sehe ich ja nur eine Spur. Gott schaut den an und sagt, mein Sohn, da, wo du die eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Gott hat einen guten Weg für dich. Im Psalm 143, Vers 10 heißt es, führe mich durch deinen guten Geist. Dann kann ich ungehindert deinen guten Weg gehen. Ich will ganz bewusst mich entscheiden, auf Gottes Führung einzugehen und seinen guten Weg immer wieder entdecken zu wollen. Gott führt mich, so schreibt es der Psalm 23, auf Rechter, also auf Deutsch, auf der richtigen, auf der guten Straße. Warum? Um seines Namens wählen. Warum? Weil Gott gut ist. Jesus bedeutet der Retter. Immanuel heißt Gott ist mit uns. Dieser Gott ist so gut und deswegen um seines Namens willen, um seines Wesens willen, um seiner Liebe willen, dass er Gedanken des Friedens mit uns hat, fühlt er uns auf einen guten Weg. Und dazu gibt er uns den besten Reisebegleiter, den besten Freund, einen Tröster, einen Helfer, wie es ihn nicht besser gibt, nämlich den Heiligen Geist, der bei uns und in uns ist. In Phasen, wo wir denken, Mann, oh Mann, Herr, ich bin echt müde, plant er für uns Ruhe ein. Hast du das gelesen, Matthäus 11? Ja, wenn du mühselig und beladen bist, geh zum Herrn, er gibt dir Ruhe. Und selbst in den dunklen Tälern geht Gott nicht irgendwo anders hin, sondern er ist der Gott, der bei uns ist und der mit uns durch die dunklen Täler geht. Er geht sogar mit uns durchs Feuer. Er geht mit uns durchs Wasser. Und wir erleben die schwierigsten Situationen, können uns nichts anhaben, weil er mit uns da durchgeht. Was mich begeistert ist, selbst wenn Hindernisse sich aufbauen, sagt die Bibel uns, dass wir mit Gott über die Mauern springen können. Stellst du dir das vor? Dieser Gott, der dich nimmt und mit dir zusammen darüber springt? Hey, wenn er anfängt zu springen, dann sind Berge kein Problem mehr. Dann gibt es keinen Widerstand, kein Hindernis. Auch in deinem Leben nicht. Er ist stark genug, mit dir die Sache zu überwinden. Und ich liebe das, dass die Bibel sagt im Jesaja, dass Gott sogar Wege in der Wüste hat. Hey, wenn man in der Wüste war, da siehst du einfach nur Sand. Da ist dir überhaupt nicht klar, in welche Richtung du musst. Aber unser Gott weiß in den Momenten, wo wir völlig planlos sind, wo der richtige Weg ist. Und mir gefällt das. Elia, dieser Prophet, ist mitten in der Wüste. Und er ist schwach und er ist depressiv. Aber Gott weiß, wo er ist. Und er gibt ihm die nötige Nahrung, dass er seinen Weg wieder aufnehmen kann. So kommt Gott zu dir und er gibt dir übernatürliche Kraft, dass du deinen Weg auch vollenden kannst. In Paulus schreibt das so gut. Er sagt, der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der bringt es auch zu Ende. Glaub daran, Gott ist mit dir auf deinem Weg. Und er bringt dich auch zum Ziel. In einem alten Lied heißt es, selbst durch die Nacht. Wenn für uns es nur noch schwarz ist, weiß Gott den richtigen Weg und bringt dich nach Hause. Ich möchte schließen mit diesem Vers aus 5. Mose 31, Vers 8. Dort heißt es, der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei, er verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Wow! Gott geht mit dir deinen Weg und es wird ein guter Weg. Sei gesegnet.